Die NASA soll ein seltsames Notrufsignal aus einer anderen Galaxie empfangen haben. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns heute mal an. Hallo zusammen! Das Signal wurde vor langer Zeit empfangen. Und zwar wurde 1998 eine Nachricht vom NASA Radioteleskop direkt aus dem Weltall empfangen. Das Signal schien aus der Andromeda-Galaxie zu kommen. Die Menschen konnten leider nichts damit anfangen. Erst 13 Jahre später, im Jahr 2011, hat die NASA eine Nachricht in diesem Signal entdeckt und es sozusagen entschlüsselt. Doch was sie entdeckt haben, ist schockierend, denn es soll sich um einen dramatischen Hilferuf von einer anderen Zivilisation handeln. Das Signal war mathematisch verschlüsselt und enthielt laut NASA-Mitarbeiter eine panische Hilfe bitte. Es wurde laut der Nachricht angesprochen, dass ihr Planet am Explodieren ist. Forscher sind der Meinung, dass diese Zivilisation in etwas so weit, wie wir Menschen fortgeschritten sind. Eventuell ein wenig weiter. Und das mit dem Explodieren entweder ein Meteorhagel gemeint ist, oder aber auch ihre eigenen Waffen, wie zum Beispiel wie bei uns Atombomben, die den kompletten Planeten vernichten könnten. Ein natürliches Phänomen durch einen explodierenden Stern etc. konnte nämlich dort nicht in der Gegend festgestellt werden. Doch ich konnte weder offizielle Zeitungsartikel noch Nachrichten dazu finden. Die offizielle Person, die genannt wurde, ist Dr. Viktor Kulakov und er soll aus Russland stammen und hat die Nachricht entschlüsselt. Doch unter diesem Namen findet man nur einen militärischen Sowjetunionführer und keinen Weltraumwissenschaftler. Selbstverständlich ist es möglich, dass keine Zeitung darüber berichten darf, von der Regierung aus, und auch wurde vielleicht die Vergangenheit von diesem Doktor per Knopfdruck gelöscht oder verändert. Alles ist ja leider heutzutage möglich. Doch da es keinen offiziellen Bericht dazu gibt, finde ich es schon sehr fragwürdig. Trotzdem besteht die Chance, dass wirklich so ein Signal abgesendet wurde. Jedoch wäre es für uns sowieso viel zu spät, Hilfe zu schicken, denn erstens kommen wir gar nicht hin und zweitens ist die Nachricht etwa 2,5 Millionen Lichtjahre alt, dass die Zeit rum ist, wie lange die Nachricht zu uns benötigt. Also selbst wenn wir annehmen, dass es echt ist, wären wir viel zu spät dran zu helfen, außerdem eben viel zu weit entfernt. Doch das ist eben das, was wir Menschen auch machen würden. Einen letzten Hilferuf ausschicken, auch weil es nichts mehr nützt, aber einfach als Erinnerung an uns, da das Signal das komplette Weltall schwebt. Ich würde das extrem gruselig finden, wenn wir wirklich einen Hilferuf von einer anderen Zivilisation erhalten haben, die aber wahrscheinlich auch noch bereits längst tot sind. Doch was haltet ihr von dieser Thematik? Denkt ihr, es ist einfach eine Lüge, weil es keine Zeitungs- und keine Naseberichte dazu gibt? Oder denkt ihr, es würde geschickt vertuscht, damit die Menschen nicht irgendwie Angst haben oder keinerlei Panik entsteht? Eure Meinung dazu? Sehr gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr Videos in so einer Richtung sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch da und teilt das Video sehr gerne mit all euren Freunden, dann weiß ich gleich Bescheid und ihr helft mir damit sehr. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um garantiert keine Videos mehr zu verpassen und hier links und rechts kommt ihr noch zu zwei weiteren gruseligen Videos. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.